Zum ersten Mal im großen 100-Hektar-Heimat-Landwirtschaft-Simulator trifft Dorfkind, Gamer und LS-22-Neuling Benz auf den erfahrenen LS-22-Veteran und Landwirt Philipp. Du doofes Hut! Oh, Junge, das war aber gerade klapp. Volle Pulle Mais geballert, Alter. Gewinner ist der, der nach 90 Minuten mehr Umsatz im Wirtschaftsetat hat. Es wird auf einer komplett leeren Karte gestartet. Startbudget sind 500.000 Euro. Mit Option 300.000 Kredit. Die Zeit darf vorgespult werden, damit auch was wachsen kann, aber kein passives Einkommen durch Solarpanels oder Windkraftanlagen. Es muss richtig geackert werden. Bisschen schade, das heißt, meine letzte Strategie ist weg. Ich habe mir die Map Elm Creek gewünscht. Cheaten ist verboten, ist ja klar. Wir zocken in zwei unterschiedlichen Räumen, damit auch niemand von dem anderen abgucken kann. Der Verlierer muss vor dem Gewinner niederknien. Dieser Moment wird für immer auf Instagram festgehalten. Und das will echt keiner. Was der gute Philipp nicht weiß, ich habe Joker am Start, weil ich der klare Underdog bin. Lasst euch überraschen. Was glaubt ihr, wer gewinnen wird, wenn es der Anfänger oder ich, der LS-Profi? Schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt muss ich mir eine Strategie überlegen. Ich habe jetzt 500.000 Ocken. Ich gehe erst mal zur Bank und hole mir da den maximalen Kredit. Ich hatte ein Startbudget von 500.000 und ich habe jetzt nochmal 300.000 Kredit geholt. So, jetzt habe ich 800.000 Euro auf dem Konto. Was mache ich zuerst? Ich werde jetzt erst mal Geld leihen. Ich komme mir mit dem Scrollrad nicht klar, ne? Hier Leute, guck mal, die Maus hat kein Scrollrad. Wir sind hier auf dieser Standardmap, auf der Elm Creek Standardmap. Da hinten steht noch diese Hütte mit dem Silo. Hier steht noch so Maschinenschuppen. Aber hier, wo normalerweise sonst, wenn man bei Einfach startet, das Wohnhaus steht, da ist nichts. Oh, da ist eine Rehe. Hallo. Hallo, Rehe? Nein, lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Oh, ganz viele Rehe. Toll. Also Leute, ich habe tatsächlich vom Getreideernten und alles nicht so wirklich Ahnung beim LS22, weil ich das tatsächlich noch nie wirklich gemacht habe. Ich muss jetzt erst mal gleich richtig reinpokern. Ich werde jetzt erst mal das Feld 30 kaufen. 680.000, das heißt 120.000 bleiben übrig. Scheiße. Eigentlich ist das voll dumm. Ich kaufe jetzt 30, weil ich gehe auf Dauer auf das Einkommen, Leute. Ich will Silageballen pressen. Das ist meine Taktik für diese Session. Mal sehen, ob es klappt. Also ich werde Gras mähen, dann in der Ballenpresse pressen und da wird dann Silage draus entstehen. Und diese Silage kann ich entweder in einer Biogastanlage oder beim Viehhändler verkaufen. Und somit machen wir richtig dick Geld, weil das wird dauerhaft sein. Wir werden dauerhaft Gras ernten. Wir werden dauerhaft Ballen produzieren. Und dauerhaft wird dieses Zeug siliert. Meine Strategie ist es, einen Wirtschaftszweig zu errichten. Ich weiß allerdings noch nicht genau, welchen. Ich denke ganz ehrlich, Philipp wird eine Biogastanlage bauen. Das heißt, er wird wahrscheinlich Mais ernten. Ich gucke erst mal, was eine Biogastanlage kostet. Mein Plan ist nämlich, eine Biogastanlage zu bauen. Windräder und Solaranlagen sind ja nicht erlaubt. Aber vom Biogast hat keiner was gesagt. Jetzt muss ich natürlich gucken, ob ich mir das leisten kann. Boah, eine kleine 99kW-Anlage kostet 435.000 Ocken. Das ist ja quasi ein Schnapper. Und schlau wäre es ja jetzt, möglichst großes Stück Land zu kaufen, wo ich irgendwie drauf bauen kann und eventuell dann auch noch Platz habe, um da schon was drauf anzubauen. Was kostet ihr Schinken hier? Wert? 364.000. Aber das ist halt ein richtig schönes, großes Stück Land. Komm, das wird jetzt gekauft. Fläche 20 wird jetzt gekauft. Ich habe jetzt 364.608 Euro ausgegeben. Das Ding ist, wenn ich mir jetzt eine Biogastanlage kaufe, kann ich direkt aufhören. Dann kann ich mir nämlich gar nichts mehr leisten. Die kleinste Biogastanlage kostet 435.000 Euro und ich habe 435.392 auf dem Konto. Also, Philipp, da sind wir wieder zu groß gewesen. Das heißt, ich muss was Günstigeres bauen. Man muss hier ja als Unternehmer sein. Und das Wort Unternehmer kommt ja von Unternehmen. Also muss man was unternehmen. Oh, das ist aber ein großes Gebäude. Und deswegen unternehme ich jetzt Folgendes. Ich beschließe, diese Getreidemühle zu kaufen. Ich bin mir sehr unsicher. Aber wir machen das einfach. Da setze ich sie hin. Und eine Bäckerei kaufe ich auch. Und dann kann ich Brot backen. Die Bäckerei ist ja süß. Oh, ist die niedlich. Guck mal, wie klein die ist. So, Bäckerei steht auch. Perfekt. Jetzt wollen wir natürlich Getreide anbauen, das wir malen können. Deswegen brauchen wir Maschinen. Wir brauchen einen Trecker mit einer Sämaschine, einen Anhänger und einen Mähdrescher. Dafür habe ich aber nicht genug Geld, um mir das zu kaufen. Aber wir haben ja beim Landwirtschaftssimulator die Mietfunktion. Das bedeutet, ich gehe jetzt in den Shop, suche mir als erstes mal irgendwie einen schönen Trecker raus. In echt kannst du auch einfach Maschinen mieten. Du kannst zum Händler gehen und dann kannst du den für, was weiß ich, 100 Stunden oder so oder für einen gewissen Zeitraum dann halt auch einfach mieten und dann bei dir mit auf den Betrieb einsetzen. Der Schlepper, der ist jetzt wie zu Hause. Aber den miete ich nur, weil es billiger ist. Jetzt gehen wir in den Shop. Jetzt brauchen wir nämlich dicke Maschinen. Ich hole mir auf jeden Fall den größten, krass mehr, den es gibt in den Games. Mähtechnik, hier, da ist er. Da, 380.000. Aber wir mieten den ja. Deswegen kein Problem. Dann brauchen wir einen Traktor. Aber erst kaufe ich die Ballenpresse, weil ich muss gucken, was ich für einen Traktor brauche. Und zwar holen wir uns eine Rundballenpresse. Und zwar die hier. Die kann nämlich beides. Die kann erst pressen und dann direkt auf dem Wagen dahinter oder ich glaube an dem Anbau dahinter wird der Ballen direkt zu einem Silageballen mieten. Okay, 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 okay. Ich brauche einen Wagen, einen Ballentransportwagen. Und zwar kaufe ich mir den hier, weil da wird automatisch aufgeladen. Das heißt, ich brauche keinen Frontlader. Ich verschwende keine Zeit daran, dass ich die Ballen auf irgendeinen Anhänger aufladen muss. Deswegen genau den. Und ich glaube, das wird richtig gut funktionieren. Wir brauchen zwei Traktoren. Wir nehmen den hier. Mieten. Und dann nehmen wir noch einen etwas kleineren für den Anhänger. Und dann wird es schon langsam eng mit dem Geld. Ich brauche einen schnellen Traktor. Ich nehme den schnellsten Traktor, den es gibt. So, ich gucke mal hier durch. Also, 40, 40, 40 ist zu langsam. Hier, der hier, der, 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 der die viergleichen, großen Räder hat. Der fährt immer, der ist immer schnell. Den nehme ich. Okay, let's go. Da brauche ich einen Anhänger, damit ich mein Erntegut transportieren kann. Kann ich mit dem hier Getreide fahren? Oh, ja. Dann nehmen wir den. Mieten. Möchten Sie dieses Gerät mieten? Ja. Jetzt wollen wir noch säen und ernten. Hier ist eine 8-Meter-Drille, für die man 240 PS braucht, mit 18 kmh fahren kann. Da mietet man natürlich die. Das schafft nämlich am meisten. Achso. Und der Mähdrescher gleich zum Ernten. Den Mähdrescher brauchen wir auch noch. So, und dann nehmen wir natürlich dann auch einen Mähdrescher, der dementsprechend Leistung hat. Ich nehme den hier und der wird natürlich auch gemietet. Den können wir natürlich noch anders ausstatten. Den nehmen wir natürlich mit Maximalleistung. So. Und reifen müssen natürlich auch breit reifen laufen, wir sind ja bodenschonend unterwegs. So, jetzt wird Getreide gesät. Jetzt fahre ich zu meiner Fläche hin und dann säen wir Weizen. Jetzt kann es losgehen. So. Was? Wir sind im August und wir können keinen Weizen säen. Das ist vollkommen realistisch, aber da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, dass wir hier Jahreszeiten haben. Ich mache jetzt Schläfchen, damit die Zeit vorangeht. Im Oktober kann ich Weizen säen. Ich weiß nicht, inwiefern, wenn es sich vor mir irgendwie Gedanken darüber gemacht hat, was er macht. Ich habe mir ja sogar überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Man wurde ja eben so voll verendete Tatsache gesetzt, dass man keine Windräder bauen darf. Die Taktik ist nicht abprobt. Also, ich habe tatsächlich heute im Zug nochmal schnell Leiferschausmodulator auf dem Laptop gestartet und habe tatsächlich diese Ballenpresse ausprobiert. Weil ich ausprobieren wollte, ob man überhaupt Silageballen aufladen kann. Das geht. Bis dahin ist alles ausgetestet. Der Rest, absolutes Neuland. Das ist tatsächlich unsere Maschine, die uns limitiert. Das heißt, umso schneller wir Gras ernten, umso schneller können wir auch in die Produktion gehen. Ich überlege mir tatsächlich auch gerade vielleicht schon einen zweiten von denen zu holen. Nächste Taktik. Und zwar beim Grasfeld ist das geile. Ich werde jetzt die Zeit auf Maximum drehen. Das heißt, er erntet. Und währenddessen, wo er erntet, fängt am Anfang das Feld an, schon wieder zu wachsen. Das heißt, wir werden unendlich lange ernten können. Mietkosten minus 10.000. Oh, oh, oh. Ich gebe nur Geld aus. Ich bin eine richtig arme Sau. Es war natürlich richtig dumm, dass ich einen Mehrdrescher schon gemietet habe. Man kann die Jahreszeiten, glaube ich, ausstellen. Und dann ist es kackegal, was für ein Monat ist. Dann kannst du einfach immer durchziehen mit der Drille. Und das hat keiner gesagt, dass das verboten ist. Ich habe die Zeit jetzt auf 360 gestellt, dass die ganz schnell durchgeht. Dazu kommt, dass ich diese Funktion mit dem saisonalen Anbau von Früchten, das kannst du auch ausstellen, habe ich auch ausgestellt. Hat keiner gesagt, dass das verboten ist. Deswegen kann ich jetzt 24-7 Getreide säen, Mais säen, wie ich will. Juckt keine Sau. Ob das Winter ist oder nicht, ich kann immer fahren. So. Und weil meine Zeit jetzt so schnell eingestellt ist, ist die Drille irgendwie noch auf der Hälfte der Fläche. Aber auf der einen Seite hat es schon angefangen zu wachsen. Das heißt, ich kann die ganze Zeit mit der Drille und mit dem Mähdrescher im Kreis fahren und in einer Tour ernten. Wir fangen jetzt an zu pressen. Das wird hier den ganzen Tag heute ein- und ausgehen. Okay Leute, ihr seht ja, meine Taktik funktioniert jetzt richtig gut. Ich würde aber gerne wissen, wie es bei Philipp jetzt läuft. Und deswegen werde ich meinen ersten Joker ausspielen. Spionage Joker! Ich brauche einen Güldefass. Ich brauche einen Güldefass. Was wird das? Ich nehme Düngerstreuer, der ist günstiger. Den kaufe ich auch direkt, da muss ich dafür keine Miete zahlen. So, dann brauche ich natürlich noch einen Trecker, der Düngerstreuer fährt. Der muss ja aber nicht zu groß sein. Dass mir da jemand im Nacken sitzt, finde ich extrem unangenehm. Ich verrate nicht mehr zu viel. Ich rede jetzt nicht mehr. Sonst, äh, sonst machst du ja Bescheid. Also, bei mir läuft es super. Ähm, wie du siehst, ich habe schon 100.000 Euro auf dem Konto. Ne? Ob wenn es die auch hat. Okay Leute, wir gehen jetzt all in. Wir holen uns gleich die nächste Maschine. Weil wir müssen wirklich hintereinander weg. Zeug jetzt rein ernten. 19.000. So, Leute, jetzt seht ihr, die nächste Auswachstufe ist vorne tatsächlich schon erreicht. Am Anfang des Feldes. Deswegen werde ich jetzt direkt meinen zweiten Mäher hier direkt wieder drüber starten lassen. Dann werde ich jetzt hier schnell zu dem, zu den schönen Schnellen hierhin sprinten. Und ihm die Ballen vorher schön wegnehmen, damit er da nicht rüberfällt. War los! Ah, der nimmt die Ballen mit. Oh, der schleppt das jetzt vor sich da hin. Oh, der hat sich weggekickt. Okay, ey, Bro, 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 Schieb die. Warte mal. Okay, okay, okay. Hammer. Den haben wir. Okay, der hat uns jetzt hier schön gesammelt. Das sieht jetzt alles vielleicht gerade nicht so professionell aus. Aber vertraut mir, Leute. Wir haben das alles gleich hier wieder im Griff. Nein, ich habe gerade ein Riesenproblem. Ich habe gerade ein Riesenproblem. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe kein Geld mehr. Und jetzt haben die Helfer alle aufgehört zu arbeiten. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen Geld verdienen. Oh, Ronja, du kommst genau zur richtigen Zeit. Ich bin gerade wirklich verloren bei mir. Ich hoffe, Philipp geht es genauso schlecht wie mir. Jedenfalls hat er sich einen Düngerstreuer gekauft und einen Schlepper. Aber ich habe noch bessere Informationen. 91.000. Okay, also ich bin mal minus 2.000. Wenn er richtig viel gekauft hat, jetzt bei 91.000 ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch so ein Umsatz ungefähr ist. Danke auf jeden Fall. Hat mir sehr viel weitergeholfen. Wir düngen immer noch. Minus 10.193 Euro für Mietfahrzeuge. Minus 4 Euro Lohn. Ach du lieber Himmel. Auf der Einnahmenseite steht noch gar nichts. Ich habe nämlich noch nicht geerntet. Und das ist halt so momentan die Situation. Ich gebe gerade extrem viel Geld für Dünger und Saatgut aus. Aber auf der anderen Seite kommt, denke ich, gleich, wenn ich meinen Bombenweizen hier ernte, richtig Kohle rein. Ich glaube, ich muss die Mehlpaletten gleich transportieren. Ich glaube, bevor ich gar keine Kohle mehr habe, besorge ich mir gerade irgendwie noch einen Gabelstapler oder sowas, mit dem ich Paletten transportieren kann. Oh, ein Gabelstapler. Ein Stapelgabler. Komm, den kaufen wir mal. 37.000 Euro für einen Gabelstapler ausgegeben. Ich brauche hier wie einen Tieflader. So einen Transportwagen. Der ist günstig. Das nehme ich. Also gut die Hälfte der Zeit ist jetzt rum. Bis jetzt habe ich aber nur Geld ausgegeben und noch keine Einnahmen. Also ich habe jetzt fast 800.000 Euro durchgebracht. Ich glaube, ich war am Anfang ein bisschen übermütig. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit Miete für den Mähdrescher bezahlt. Das war eigentlich dumm, den Mähdrescher eigentlich schon so früh zu mieten. Obwohl ich noch gar nichts habe, was ich ernten kann. Naja, selber schuld, ne? Ich habe ein bisschen mulmiges Gefühl, muss ich jetzt tatsächlich sagen, dass ich es auch wirklich pünktlich schaffe. Vor allen Dingen, weil ich jetzt ungern die Zeit vorschulen würde. Weil eben wir total viele Kosten haben. Aber ich habe auch noch keinen Umsatz gemacht bis jetzt. Da haben wir uns am Anfang vielleicht ein bisschen falkalkuliert. Kann man gut sagen. Vielleicht hätten wir wirklich den kleineren Acker kaufen sollen. Ich glaube, es wird Zeit für einen Joker. Bei mir sieht es nämlich gerade überhaupt gar nicht gut aus. Deswegen brauche ich jetzt einen Vorteil. Ich werde jetzt meinen Telefonjoker einsetzen. Ich rufe meinen kleinen Bruder Lauri an. Ihr kennt ihn bereits aus diesem Video hier. Ohne zu schalten, denn die ist hier gerade. Lauri ist nämlich ein Riesenfan und ein richtiger Pro in diesem Game. Meister, wir haben nicht viel Zeit. Wir haben jetzt eine Minute. Lammwischstasmulator, kennst du, ne? Du bist ein kompletter Pro drin. Pass auf, ich habe richtig wenig Geld und ich habe Grasmaschinen. Ich habe ein Meer, ich habe eine Ballenpresse. Ich habe aber kein Geld und kann meine Helfer nicht mehr bezahlen. Wie kriege ich Geld ran, Junge? Das ist ein guter Hinweis. Wie viel kriegt man da so? Weißt du das? Wenn du alle hast, dann kriegt man irgendwie 300.000 oder so. Echt jetzt? Ohne... 300.000? Oder du kriegst auch nur Millionen. Zeit ist um. Okay, danke. Ey, Riesendank. Danke. Ja, ciao. Ciao. 300.000, Leute. Wir gucken jetzt mal, wie viel man für einsammelt, ob ihr kriegt. Und dann werde ich entscheiden, ob sich das lohnt oder nicht. Und er meinte, 300.000 wird man alle... Ja, ja, guck mal, hier ist es auch direkt. Was ist das? Ein Spielzeug-Mähdröscher, ist ja süß. Äh, aufsammeln, R. 1000. Du hast einen Mähdröscher gefunden. Es sind noch neun weitere Mähdröscher versteckt. 1000 ist jetzt... Ja, nicht so... krass, sag ich mal. Also, das Telefonat mit meinem Bruder hat mir leider nicht so viel geholfen, weil meine Ausgangslage tatsächlich sehr verzwickt ist. Allem in allem, es sieht gerade nicht gut aus, sage ich euch ganz ehrlich. Wir spielen hier jetzt fast eine Stunde. Ich habe noch nicht einen Cent Geld verdient. Ich hoffe, bei Wenz läuft es nicht besser. So, und jetzt wird hier oben über der Fabrik wird hier jetzt abgebunkert. So. Ja, er bunkert ab. Die Mehlproduktion ist jetzt aktiviert. Oh, da stehen schon die ersten Mehlpaletten. Oh, die fahre ich da gerade schon mit dem Gabelstapler rüber. So, und im Optimalfall gibt die Bäckerei mir schon Geld. Kriege ich für das Mehl Geld? Ich kriege für das Mehl bei der Bäckerei kein Geld. Egal, für die Brötchen kriege ich hinterher Geld. Scheiße ist, dass der Helfer mich jetzt im Stich lässt und nicht fahren will, weil sonst könnte ich jetzt nämlich das ganze Mehl in die Bäckerei reinfahren und dann würden da Brötchen mal rauskommen und dann könnte ich die Brötchen gleich weg transportieren und dann könnte ich zeitoptimiert arbeiten. Aber weil der Helfer jetzt nicht funktioniert, Helfer hat außerplanmäßig die Arbeit beendet. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn nicht bezahlen kann. Ich habe ja kein Geld. Ich hasse Lammwirtschaftssimulator. 46.601 Euro im Minus. Ich habe ja schon alles gemacht im Lammwirtschaftssimulator. Ich habe geguckt, wie realistisch der ist. Ich habe meinen eigenen Hof nachgebaut. Ich habe gegen den Markt gezockt. Aber also so beschissen, wie es jetzt gerade läuft, lief noch nie. Ich hätte einfach nur Ackerbau machen sollen. Ich hätte einfach nur Ackerbau machen sollen. Dann hätte ich nicht so viel Kosten. Dann hätte ich die Fabrik nicht gebaut. Ich hätte einfach mein Getreide weggefahren. Das wäre, glaube ich, einfach das Beste gewesen. Einfach nur säen, düngen, dreschen, abfahren. Jetzt sitze ich hier. Weil ich dachte, ich verdiene hier wieder die Million mit irgendeiner geilen Idee. Ich hoffe, man kriegt sehr viel Geld mit einem vollen Anhänger. Deswegen muss ich jetzt schauen, dass ich das jetzt hier so schnell wie möglich alles einsame. Hier, die liegen ganz gut. Zwei Stück gleich nebeneinander. Abfahrt. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen vollen Anhänger. Und jetzt muss ich erst mal gucken, wo der Vieh hinleist. Weil der kann nämlich Silage kaufen. Habe ich mir sagen lassen. Egal, wir fahren jetzt erst mal hin. Und dann sehen wir weiter. Ich hoffe, das bringt richtig was. Wir sind jetzt hier, Ballen entladen. Das dauert jetzt ein Weilchen. An dieser Stelle entladen. Achso. Oh, ich kriege direkt Geld. Oh, das ist richtig gut. Mein erster Umsatz. 39.486.000 kriege ich für einen Anhänger. Das ist geil. Ich glaube, wir könnten wirklich uns mit Philipp messen mit dieser Taktik. Also das heißt jetzt in Sprint gehen, Sachen hinfahren und ballern. Ballern, hinfahren, hinfahren, hinfahren. Jetzt wird Masse gemacht. Jawohl, das ist gut. Das ist richtig gut. 49.000. 49.000. Junge. Wir sind drinnen, Alter. 49.000 ist richtig stabil. Jetzt habe ich mit meinem Dreadmetrescher festgefahren. Es ist einfach nur noch nervig. Ich stecke fest. Ich stecke fest. Ich habe irgendwie gerade komplett den Überblick verloren. Mein Galvestapler liegt auf der Seite. Ich habe fast 70.000 Euro Schulden. Redaktion, wie viel Zeit habe ich noch? Zehn Minuten. Boah, das ist ja richtig sportlich. Oh mein Gott, ey, wir müssen uns vereilen. Oh Mann. Wir müssen jetzt schnellstmöglich abladen und auf jeden Fall noch eine Tour schaffen. Wir müssen das jetzt so schnell wie möglich abgeben. Wir haben echt keine Zeit mehr. Ballen entladen. Set, set, set. Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Rein, rein, rein. Wir müssen noch einen Anhänger schaffen, ey. Ey, fuck. Das wird so eng. Das wird wirklich richtig, richtig eng. 45.000. Leider weniger als beim letzten Mal. Egal. 45.273 Euro Umsatz. Ich mache mir echt Sorgen. Philipp hatte schon am Anfang sehr, sehr viel Geld. Am meisten Angst macht mir die ganze Zeit der Kontostand, den mir Ron ja vorhin gesagt hat. 90.000. Entweder er hat am Anfang wirklich nicht viel gekauft. Zum Beispiel, ich habe ja eine Riesenfläche gekauft. 680.000 hat die gekostet. Kann sein, dass Philipp sich natürlich wesentlich günstigere Sachen gekauft hat und auch alle Fahrzeuge gemietet hat. Aber ich glaube schon, dass er echt gut dabei ist. Und auch wesentlich entspannter als ich. Geld habe ich noch nicht verdient, aber das passiert jetzt. Versprochen. Jetzt muss ich das hier mit dem Gabelstabler alles so draufstellen. Ich habe mir das nicht gut genug überlegt. Das war so eine Kackstrategie. Das ist ja nervig. Jetzt verkaufe ich zwei Brotkisten, habe ich immer ein bisschen Geld verdient. Ja, ich verdiene gerade Geld. Ja, ich verdiene gerade Geld. 9.459 Euro für zwei Brotkisten. Zehn Minuten vor Ende und ich verdiene zum allerersten Mal Geld im Spiel. Das musst du dir mal vorstellen. Ich habe aber auch gerade herausgefunden, ich hätte das Mehl auch direkt am Supermarkt verkaufen können. Das heißt, ich hätte mir die Ausgaben für die Bäckerei sparen können. Das ist alles, was ich habe. Das ist jetzt alles, was ich verkaufen kann. Oh, das hat jetzt gerade richtig Kohle gebracht. 14.291 Euro. Wie viele Ballen habe ich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Vier Ballen muss ich jetzt noch pressen, dann mache ich den Anhänger voll. Jetzt aufladen, 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 aufladen. Gib Gas, Junge, ich habe nie umsonst den schnellen Traktor gekauft. Junge, mit 42 übers Feld, das ist mal ein Tempo hier, so wollen wir das haben. Ui, oh, oh, Junge, Junge. Okay, meine Strategie in den letzten Minuten ist wirklich einfach nur noch versuchen, alles Mögliche runterzuholen vom Acker. Leute, 90 Minuten gehen wirklich unfassbar schnell um. Okay, letzte Balle, die werden wir jetzt hier gleich. Ah, boah. Nein, 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 nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Ich bin gegen den Baum gefahren und ich habe mich gefragt. Okay, okay, okay. Gib Gas jetzt, gib Gas, Junge, gib Gas. Okay, wir laden jetzt hier ab, Freunde. Oh mein Gott, ich kriege nicht so viel Geld diesmal, ne? Okay, wir haben 18.000, 18.000? Das ist so viel schlechter als die anderen Male. Ich weiß es nicht, vielleicht waren die Ballen noch nicht fertig. Ich hätte die Zeit vorspulen müssen oder irgendwas. Also die Situation ist jetzt, ich habe noch eine halbe Fläche Weizen stehen. Das schaffe ich nicht mehr, die abzuernten. In der Zeit schaffe ich es auch gar nicht mehr, Mehl zu produzieren. Ich schaffe es nicht, in dieser Zeit das Mehl zu verladen, es zu verkaufen. Es ist im Grunde genommen aussichtslos. Für mich ist hier jetzt Schicht, was anderes habe ich nicht. Ich habe nichts mehr. Aber 90 Minuten sind zu wenig. Ich habe mir für diese 90 Minuten einfach viel zu viel vorgenommen. Ich kaufe mir jetzt noch ein Auto. Hier, den guten Pickup. Und dann werde ich noch Sammelobjekte jetzt sammeln. Ich weiß nämlich, dass ungefähr hier bei den Häusern echt viel rumliegen muss. Und dann ist gleich die Zeit um. Was meint ihr, Leute? Wo sind Sammelobjekte? Hier bei der Schubkarre? Ne. Los, hier muss es doch irgendwas geben. Ah, hier ist eins, hier ist eins. Ist das eins? Ja. 1.000 Euro. Ist wichtig, ist wichtig. Zählt alles mit rein. 2 Minuten hast du noch. 2 Minuten, komm. Hier muss doch noch irgendwas rumliegen. Ich finde nichts mehr, ey. Ist doch kacke. Hier, 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 hier. Ja, 2.000. 90 Minuten sind um. Leute, das war es. Was glaubt ihr, wer hat mehr Umsatz gemacht? Schreibt es jetzt in die Kommentare. So, Meister. Na? Du, Alter, Manipulator. Was hast du gemacht? Wie lief's? Ich hab voll angegriffen, hab mir, äh, hab mich hochverschuldet. Ja, ich auch. Und hab dann, ähm, gleich eine große Fläche gekauft. Also du hast einmal Getreide geerntet? Ja. Und noch was? Nee. Dann war die Zeit um. Also, ganz ehrlich, als Ronja mir gesagt hat, du hast 90.000 Euro noch auf dem Konto, da kam ich hier ziemlich an meine Selbstzweifel, ja? Weil ich zu dem Zeitpunkt bei minus 2.000 war. Oh. Aber jetzt, nachdem du mir deine Geschichten erzählt hast, bin ich mir echt ziemlich sicher geworden, muss ich sagen. Mit einem Umsatz von 155.704 Euro, wenns. Junge, da ist das Ding, Freunde! Wuhuuu! Ja, jetzt wird's traurig. Jetzt wird's richtig traurig. Wie viel, wie viel? Nicht mal ein Fünftel. Philipp hat 23.698 Euro in Deutschland. Ja, was? Philipp, gutes Spiel. Du weißt, was das heißt. Revenge? Bestrafung. Oh, scheiße. Na ja. Leute, das war eine krasse Challenge, die genau nach meinem Geschmack verlaufen ist. Darf es auf jeden Fall noch eine Revenge geben. Aber wie die aussehen wird, könnt ihr uns dann mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Bock auf ein richtig geiles Preiseraten habt, mit richtig viel PS, dann schaut euch unbedingt dieses Video an. Und dann drunter gibt's wie immer ein Video von Funk.